Kann es zu Saugverwirrung kommen, wenn mein Baby zwischendurch Muttermilch mit der Flasche bekommt? Wenn die Stillbeziehung zu ihrem Baby gefestigt ist, so nach sechs bis acht Wochen circa, lassen sich die meisten Babys durch das Trinken an einer Flasche nicht mehr aus dem Konzept bringen. Deswegen sind extra Sauger entwickelt worden, wie der Nook First Choice Sauger. Da sieht der Sauger aus, wie die Brustwarze sich verformt, wenn die Babys trinken. Dabei nehmen Sie nämlich die Brustwarze sehr tief in den Mund und durch den Gaumen bringen Sie dann in eine ähnliche Form wie dieser Sauger.